Hallo bei Musikmachen.de, hier ist der Nikolai von der NAMM Show 2013. Wir sind bei Herkules und bei uns ist der Uwe vom deutschen Vertrieb M&T. Hallo Uwe. Hallo Nikolai. Ja, ein erstes neues Produkt, so neu, dass es ja quasi hier noch als Beta-Version steht. Ja, die Höhenverstellung ist noch als Prototyp quasi hier. Das Besondere an der Höhenverstellung ist, dass es sich mit einer Viertelumdrehung allein schon entriegeln lässt, die Höhenverstellung erlaubt und mit einer Viertelumdrehung wieder fest ist. Das ist das Spezielle dabei. Plus, zweite Besonderheit, der 2 in 1 Galgen ermöglicht zwei Verstellungen auf einmal, nämlich Länge und Winkel. Ich löse und kann jetzt gleichzeitig Länge und Winkel des Galgens verstellen und mit einer Halbenumdrehung bin ich da auch wieder fest. So dass der Sänger quasi mit der einen und anderen das Mikro halten kann und trotzdem mit der anderen ganz schnell einstellen kann. Schnell verstellen, das ist das Ziel, genau. Weißt du schon, wann der in Deutschland erhältlich sein wird? Also wir planen die Serienauslieferung zur Musikmesse tatsächlich, ja. Im Appel. Alles klar. Danke Uwe. Danke. 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 Danke.